Herzlich Willkommen zu einer weiteren Behandlung hier bei MecAesthetics. Der Bereich stören nur von Fachärzten für plastisch-ästhetische Chirurgie. Das Besondere bei dieser Behandlung ist, dass wir eine Kombination aus Botox und Hyaluron gewählt haben, da der Wunsch und auch die Erwartung unserer Patientin so war, dass sie die Mimik auf keinen Fall verlieren möchte. Und ja, die Behandlung ist schon mitten im Gange und nach 10 Tagen sehen wir diese Patientin zur Nachuntersuchung wieder und damit können wir uns auch zufrieden und faltenfrei verabschieden. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut!